Da sind welche von der Gegenseite, die jetzt da eine andere Meinung haben, so staatsmeinungsmäßig hier. Ich verstehe nur nicht, 82% der Bevölkerung sind hier gegen die Ampelregierung. Und ich verstehe nicht, wo die Leute sind. Dann wird gesagt, die wurden gestern nicht gekauft, die Leute, die wurden hundertprozentig gekauft. Ich bin jetzt dabei, die mal aufzunehmen und die wollen ja jetzt mit der Gegenseite sprechen. Und dann bin ich ja gespannt, ob sie das auch machen. Jedenfalls haben sie jetzt schon ihre Kamera gezickt. Ich werde das jetzt hier beobachten und werde mal sehen, ob sie rüberkommen jetzt. So, jetzt könnt ihr ja gerne rüberkommen. Wir können uns gerne miteinander unterhalten. Wir warten. Wir warten. Diana, sei mal kurz leise. Na, kommt mal rüber. Ihr wollt doch sprechen. Genau, ihr traut euch nicht. Nee, ihr könnt ja gerne mal kommen. Aber traut euch nicht. Siehst du, das ist das Problem. Aber das Problem ist, ihr traut euch ja nicht. Na, ihr könnt ja mal, das habe ich ja nicht gesagt. Könnt ja mal rüberkommen. Da ist ja, stimmt, der größte Teil ist gekauft gewesen. Jetzt haben sie Angst und gehen weg. Erst eine große Klappe, aber dann nicht sich trauen hier mit zu sprechen hier. Dann trauen sie sich nicht. Dann hauen sie ab, lieber. Unglaublich.